ja moin leute heute wieder ein kleiner vergleich von klasse 1 artikeln sehr schöne wie ich finde einmal die älteren horrorhaus von keller aus dem alten wahrenzeichen auf dem sortiment und die colorflasche von komet die sind aus dem cool kids sortiment oder so heißt das ja ich würde mal sagen wir beginnen direkt mit dem komet so sehen sie aus noch schön groß und ja dann hinterher machen wir dann gleich ein von keller sind etwas kleiner dafür aber auch dicker also mal gucken ja und dann wie gesagt wir beginnen mit komet jetzt muss ich mal feuerzeug noch finden da hatte ich es so dann colorflasher von komet viel spaß ja also wirklich sehr hell ist leider noch nicht dunkel aber ja so das war der von komet ja von komet und jetzt der von keller direkt hinterher ja brennt aber ist nicht so lang aber der war deutlich besser ja dann war das mal wieder von mir dann danke fürs zusehen und ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal tschau leute